Ja, meine Haare sind nass. Bitte redet einmal nicht drüber. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute an einem Sonntag, weil ich es jetzt Samstag nicht geschafft habe, weil ich immer noch krank war. Und ja, ich wollte das lieber zum Auskurier nutzen. Aber jetzt sind wir ja hier und jetzt wird wieder alles passen. Ich verspreche es. Wir haben uns doch sicher alle schon einmal die Frage gestellt, wie viel Geld wir schon in die Sims gesteckt haben. Und ja, das wollte ich heute mit euch auserkundschaften. I don't know, wie sagt man das? Und dafür habe ich natürlich Origin geöffnet, um zu gucken, welche Packs ich besitze und wie teuer sie wären. Also es ist nicht genau das, was ich gezahlt habe, weil ich viele Sachen im Sale gekauft habe oder auf anderen günstigen Wegen. Aber wenn ich jetzt alles so gekauft hätte, wie es jetzt gerade dort öffentlich steht in Origin, dann würde es mich halt interessieren, wie viel ich dann ausgegeben hätte. Weil A, würde es mich glücklich machen, was ich weiß, ich habe sehr viel gespart. Auch wenn ich dann ja nicht genau weiß, wie viel, aber immerhin, ne? Also ich könnte jetzt natürlich auch die ganzen Rechnungen zusammensuchen und so, aber wer macht das schon? Auf jeden Fall wäre es halt interessant zu wissen, wie viel ich ausgegeben hätte, wenn ich alles komplett gezahlt hätte. Das hätte ich mir übrigens niemals leisten können, demnach, ne? Ich öffne an meinem Handy jetzt den Taschenrechner und wir fangen mit Sims 2 an. Das steht bei mir da. Und hier hinten steht Sims 3. Aber, ja, das hier ist alles Sims 2. Das ist die komplette Collection. Die habe ich gebraucht gekauft auf Ebay. Da man das ja nicht mehr kaufen kann, kann ich natürlich jetzt nicht bei Origin nachschauen, wie viel es jetzt insgesamt kosten würde. Oder die Ultimate Collection oder sowas gibt es ja gerade nicht. Deswegen würde ich jetzt einfach diesen Gebrauchtpreis nehmen. Und das waren 70 Euro. Die tragen wir natürlich schon mal ein. Oh, das wird viel zu viel. So, dann würde ich erstmal bei Sims 3 weiter gucken. Und da gehe ich einfach hier drauf und schaue, was ich denn für Packs gedownloadet habe. Aus dem Store habe ich nämlich zum Glück nichts gekauft. Also, da habe ich alles nur so gedownloadet mit den Simpoints, die ich hatte. Obwohl ich da eventuell auf anderen wegen mir demnächst ein paar Sachen downloaden werde. Beziehungsweise, wenn ich dann halt Sims 3 mal wieder downloaden werde. Weil ich habe es aktuell nicht installiert auf meinem PC. Es sollte auf jeden Fall besser laufen, seitdem ich die SSD habe. Ich müsste es eigentlich mal ausprobieren. Aber Sims 3, das Grundspiel, müsste ich ja dann leider per CD installieren. Und da habe ich halt nicht so Bock drauf, weil das halt immer ein bisschen Probleme macht. Alte Spiele und installieren auf neuen PC ist das immer so eine Sache, ne? Deswegen weiß ich noch nicht genau, wann und wie ich das mache. Aber, ja. Also, hier wird als erstes angezeigt, einfach tierisch. Wenn ich da auf Details klicke, passiert nichts. Jetzt kann ich das nicht als... Warum? Ich verstehe das nicht. Aber... Warum wird das hier teilweise so komisch angezeigt? Das verwirrt mich ganz doll. Also, 40 Euro. Also, ich gebe jetzt nicht 39,99 ein. Aber, als ob das immer noch 40 Euro kostet, Alter. Also, das ist lächerlich. Also, einfach 40. Einfach, einfach 40. Einfach tierisch kostet 40 Euro. So, Inselparadies habe ich auch. Das sind auch nochmal 40 Euro. So, Into the Future sind 40 Euro. Jahreszeiten sind 40 Euro. Late Night sind 40 Euro. Lebensfreude sind auch 40 Euro. Also, die ganzen Erweiterungspacks kosten 40 Euro, ne? Reiseabenteuer habe ich auch. Showtime habe ich. Supernatural habe ich. Traumkarrieren habe ich. Wildes Studentenleben habe ich. Ich glaube, ich habe alle, oder? Ich weiß das gar nicht. Ja, also, auf jeden Fall alle, die hier angezeigt werden. Wow. Das sind schon 440 Euro, Leute. Mein Gott. Also, ich habe definitiv nicht so viel Geld ausgegeben. Wegen anderen. Wegen das Spiel zu kaufen. Ich habe es aber gekauft. Also, das könnt ihr mir hier nicht vorwerfen, ne? Dann schauen wir mal bei den Accessoire-Packs. Die haben, glaube ich, 20 Euro gekostet. Kann das sein? Yo, die haben sogar 20 Euro gekostet. Oh mein Gott. Also, 70er, 80er und 90er Accessoires habe ich. Da weiß ich gar nicht, ob ich alle habe, wenn ich ehrlich bin. Yo, hier. Design-Garten-Accessoires habe ich nämlich nicht. Weil man die auf anderen Wegen nicht bekommen hat. Deswegen, aber ich gebe niemals 20 Euro für so ein altes Spiel aus. Vor allem für ein Accessoire-Pack. 20 Euro, Alter. Wir heulen über unsere 10 Euro in Sims 4. Oh mein Gott. Also, Diesel-Accessoires habe ich auf jeden Fall. Gib-Gas-Accessoires habe ich. Luxus-Accessoires habe ich. Movie-Accessoires habe ich. Stadt-Accessoires habe ich. Traum-Suite-Accessoires habe ich. Und das war's. Ist auch schon genug, würde ich sagen. Weil das sind immerhin auch schon 580 Euro. Oh mein Gott, Leute. So, ich frage jetzt das da extra ein mit Sims 4. Weil ich möchte gerne wissen, wie viel Sims 4 alleine gekostet hätte. Weil dann hätten wir nämlich am Ende halt dann eine Rechnung. Sims 2, Sims 3 und Sims 4 so. Dann können wir das auch nochmal ein bisschen abschätzen. Wie teuer das Ganze ist und so. Das ist vielleicht auch interessant zu sehen. Ich meine, bei Sims 3 war jetzt, glaube ich, das Basisspiel nicht mehr drin. Aber ich habe halt das Basisspiel ja auch geschenkt bekommen. Deswegen würde ich das jetzt bei Sims 4 halt dazu tun. Aber Sims 4 habe ich. Wie habe ich denn? Wie war das denn? Habe ich das? Ich glaube, ich habe es im Vollpreis auch gekauft. Wie viel kostet Sims 4 im Vollpreis? Das ist 40 Euro. Ich glaube, ja, oder? Ich glaube, 40 Euro. Ich kann das irgendwie nicht finden. Deswegen gebe ich einfach 40 Euro ein. Und dann schauen wir mal weiter. Wir beginnen mit dem Erweiterungspack. Und da habe ich alle. Das heißt, ab im Schneeparadies habe ich. An die Arbeit habe ich. An die Uni habe ich. Großstadtleben. Und Hunde und Katzen. Und Inselleben. Und Jahreszeiten. Und Landhausleben. Und nachhaltig leben. Und werde berühmt. Und Zeit für Freunde. Und das war es tatsächlich schon. Also, schon ist gut. Das sind schon 480 Euro. Heilige Mutter Maria, ey. Oh mein Gott. Dann Gameplaypacks. Da habe ich alles außer Reise nach Batuu. Wir wissen alle, warum. Mein Akku ist fast leer. Das ist nicht so gut. Ich hoffe, der reicht noch aus für dieses Video. Ansonsten wäre das ein bisschen cringe. Also, 20 Euro für Dschungelabenteuer. Und für Elternfreunden. Und für Gaumenfreunden. Für Outdoor-Leben. Und reicht der Magie. Nein, Reise nach Batuu. Geh weg. Strangerville. Traumhaftes InDesign. Vampire. Wellness-Tag. Dann sind wir schon bei 660 Euro. Holy Shit, Alter. Dann die Accessoire-Packs. Da müsste ich auch wieder alle haben. Also, ich habe, glaube ich, sonst alles. Also, Bowling-Abend-Accessoires. Coole Küchen. Fitness. Gartenspaß. Grusel. Heimkino. Kinderzimmer-Accessoires. Kleinkind-Accessoires. Luxus-Party-Accessoires. Mein erstes Haustier-Accessoires. Das habe ich auf jeden Fall im Sale gekauft. Das weiß ich noch. Das trage ich jetzt zwar nicht so ein. Aber ich habe, glaube ich, irgendwie 3 Euro dafür bezahlt. Also, dafür war es mir das wert. Aber mehr hätte ich dafür auch nicht was gegeben. Moschino-Accessoires. Paranormale Phänomene. Romantische Garten-Accessoires. Schick mit Strick. Sonnenterrassen. Tiny Houses. Vintage Glamour. Wasch-Tag-Accessoires. So. Und dann kommen jetzt noch die Sets. Wir sind bei 840 Euro übrigens. So. Die Sets. Die kosten ja 5 Euro. Und davon habe ich bisher auch alle. Es sind ja noch 2 weiter angekündigt worden. Mein Geldbeutel war jetzt schon. Aber ich werde sie mir wahrscheinlich kaufen. Weil sie wahrscheinlich wieder so viel Zeug haben, was mich interessiert. Und ich halte mich selber dafür. Okay. Also, wir haben Fashion-Street-Set. Und das Hausputz-Set. Und Inchen-Style-Set. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Leute. Industrie-Loft-Set. Innenhof-Oasis-Set. Landhaus-Küche. Retro-Fit und schick. Da sind wir bei 875 Euro. So. Also, das ist jetzt natürlich schon viel. Und wenn ich das zusammenrechne, sind das... ...ist das natürlich dabei viel, viel mehr. Also, 70 Euro Sims 2, 580 Euro Sims 3 und 875 Euro Sims 4. Das sind 1525 Euro. Die ich quasi für Sims ausgegeben habe. Ähm, letztendlich quasi, mein Original-Account ist so viel Geld wert. Muss man mal so sehen. Das ist eigentlich voll heftig, Alter. Es tut immer ein bisschen weh zu wissen, dass EA halt dahinter steckt. Und dass man EA halt so viel Geld entgegentrescht. Weil EA halt leider einfach nicht so geil ist. Also, bin ich auch ganz ehrlich. Und eigentlich möchte man das auch nicht supporten. Aber leider ist Sims halt mit das liebste Franchise, was ich halt an Videospielen habe. Und ich würde halt ohne Sims einfach nicht klarkommen, okay. Also, es klickt hart. Aber ich liebe Sims halt einfach. Und ich bin halt auch nicht der Typ, der dann halt illegal irgendwas dann nutzt. So, ich hab so Schiss, irgendwas illegal zu machen, Leute. Ich hab schon auf so viele Sachen verzichtet. Nur, weil ich Schiss hatte, dass es so illegal ist. Und wenn das rauskommt, dass ich dann irgendeine Strafe bekomme. Deswegen, sowas würde ich niemals einfach so tun. Also, außer irgendwie Sachen sind halt down oder so. Zum Beispiel Sims 2 kann ich jetzt nicht installieren. Dann hab ich das auch auf anderen Wegen gedownloadet. Also, ich sage dann auch nicht, hier, da und da hab ich das dann gedownloadet. Und so und so geht das. Ich hab's dann halt gemacht, weil ich finde es fair, wenn ich das hier offiziell... Also, es steht hier. Aber wenn ich's halt einfach nicht installieren kann, dann geht's halt einfach nicht mit CDs. So, es ist halt Windows 10. Es ist halt für fucking Windows XP gemacht. Und klar, dass es da nicht funktioniert. Deswegen, ja. Werd ich definitiv niemals irgendwas halt illegal so machen. Deswegen muss man einfach sagen, ja, ne. Es ist viel Geld. Aber letztendlich muss man auch sagen, es ist jetzt ja nicht so, als würde ich nicht meine komplette Zeit quasi da reinstecken. Also, allein dieser YouTube-Channel, wie viel Content, wie viel Zeit ich an Content hier reingesteckt habe und Sims und keine Ahnung. Man muss halt einfach überlegen. In Sims 4 habe ich fast 1700 Stunden, glaube ich. Und es werden ja täglich mehr. Und man muss halt einfach ehrlich sagen, Zeit ist halt das eigentlich Geld. Und Geld ist halt das, wofür ich meine Zeit stecke, so. Und ja, also klar, es ist dennoch unfassbar fucking viel Geld. Das möchte ich nicht abstreiten. Und das schockiert mich jetzt gerade auch selber ein bisschen, dass es halt wirklich so viel Geld ist. Was ich ja zum Glück nicht so viel ausgegeben habe. Aber trotzdem weiß ich, dass es dennoch mehr als genug Geld ist, was ich dafür ausgegeben habe. Und es wird ja auch nicht weniger. Also es werden ja noch weitere Packs kommen. Bisher sieht es tatsächlich nicht so aus, als würde ich mich auf Sims 5 einlassen. Weil Sims 5 ja teilweise irgendwie Subscription Service und so einen Scheiß haben soll. Und ganz ehrlich, das sehe ich dann wirklich nicht ein. Also weil, man muss halt einfach sagen, Subscription Service ist halt immer so eine Sache. Also weil das Geld kriegt man nicht wieder. Und irgendwann ist dann vielleicht dieser Service vorbei. Und dann hat man halt das Geld ins Nichts geschmissen. Bei Sims 4 zum Beispiel, das kann ich jetzt mein Leben lang spielen. Ja? Oder Sims 3. Und das ist jetzt halt nochmal einfach was ganz, 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 ganz anderes. Und ja, wie gesagt, das wäre dann bei Sims 5 nicht, wenn das wirklich mit diesem Subscription Service kommt. Ich hoffe einfach, dass es vielleicht doch nur eine Fake News ist. Aber da sie, ey, jetzt kann ich mir halt leider irgendwie nicht denken, dass sie das vielleicht doch lassen. Da muss ich jetzt halt dann einfach dann schauen, wie das halt wird. Aber Sims 5 dauert eh noch ein bisschen. Wir werden, glaube ich, noch mindestens zwei Jahre oder so Content für Sims 4 kriegen. Und so lange genieße ich das Spiel auf jeden Fall. Und zur Not spiele ich es halt danach noch weiter. Dann hat sich das Geld nämlich noch mehr gelohnt. Auch wenn es denn noch viel zu viel Geld ist. Ja, ich hoffe, es hat euch interessiert. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr quasi ausgegeben hättet. Also welche Packs ihr alle so habt. Und wie viel Geld ihr circa ausgegeben habt für Sims. Ich habe jetzt gar keinen Merch außerhalb irgendwie gekauft oder so. Wenn ihr sowas habt, würde ich das da auch zuzählen. Weil das gehört ja zum Sims Franchise. Und ja, es würde mich halt sehr interessieren, ob ihr auch so viel Geld ausgegeben habt wie ich. Wild auf jeden Fall. Ja, ich denke, es war gerade mal ganz interessant, das anzusehen. Und ja, ich bedanke mich fürs Ansehen. Nächstes Mal kommt die 100 Baby Challenge. Am Samstag hoffentlich. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin und Tschüss.